und dann die stange zu langsam und in ruhe ja sehr gut dann splint hinein und dann machen wir noch mal die rampe zu in ruhe redet mit ihnen dabei super marschen super pferdchen sehr gut dann machen wir wieder auf machen wir auf dann die stangen wieder relativ gleichzeitig aufger also splint raus gleichzeitig dann auf und gemütlich aussieht ja und dann geht es ganz raus dass jeder platz auf der rampe hat okay genau dann zurück bis sie gehen zurück ja langsam sie können gleichzeitig raus aber so dass jeder bis sie platz hat weg mit der pampers ja weg perfekt hey gut gemacht patienten hei hihihi hihihi Untertitelung des ZDF, 2020